So, weiter geht's wieder. Ich will mich hier nochmal ganz kurz umgucken, ob wir hier irgendwas haben. Es wundert mich, dass der nämlich hier nicht angeht. Ich hab gedacht, vielleicht getriggert durch die Sequenz, dass der dann wieder geht. Aber, kriegen wir das hin? Ich würde ja eigentlich auch hier gerne in das Büro, aber das bringt mir nichts. Was jetzt natürlich auch fies ist, die Zwischensequenz hat mich jetzt doch so überrascht irgendwie, dass ich überhaupt nicht richtig mitgekriegt hab, was ich eigentlich... Ach, und jetzt geht's. Okay. Oh, Leiter. Ähm, oh Gott, was ist denn das für ein Konstrukt, ey? Naja. Brüchige Wand. Ich will aber... Ah, okay. Das sind nur Spins. Na gut. Kann man trotzdem mal machen. Ach, dann benutzen wir halt eine Biozelle. So viele, wie wir haben, ist das sowas von egal. Zigaretten will keiner. Hm, wenn ich das jetzt mache, aber die sind glaube ich nicht auf meiner Ebene, richtig? Zu meinem Apartment gehen. Okay, warte, jetzt kann ich nur mal gucken. Irgendetwas braut sich zusammen. Viktor Matschenko und die Goldmasken sollten aus Dubai planen einen weiteren Angriff, möglicherweise mit der Orchidee. Hm, es liegt nah ab. Ich muss herausfinden, wann und wo sie zuschlagen wollen. Aufgrund des Kriegsrechts eröffnet die Staatspolizei allerdings das Feuer. Zu meinem Apartment gehen. Da sind wir genau. Genau. Ich habe herausgefunden, dass der Angriff während Nathaniel Browns Safe Harbor Konferenz erfolgen wird. TF29 braucht Zeit, um einen Mobilisierungsplan auszuarbeiten. Okay. Das heißt, wir werden nochmal mit Alex sprechen. Hm, und komm jetzt hier raus. I see. Ist die Frage, wie gehen wir wieder zurück? Wahrscheinlich da, wo wir hergekommen sind, ne? Oder will ich... Ich meine, eigentlich muss ich ja hier lang. Egal wie. Und dann raus aus der Lobby. Das ist gesprungen wie gehopst. Gut, das heißt, wir treffen uns in unserem Apartment nochmal mit Vega. Um mit ihr nochmal zu reden. Könnt halt hier raus. Oder komplett nochmal hoch. Komme ich hier? Hier komme ich einmal komplett da lang. Dann müsste ich halt nur irgendwie wieder über die Haupttür und da raus. Oder halt wieder übers Dach. Aber es war halt auch so... Naja. Beiß ist wahrscheinlich am sichersten, oder? Hm. Wunderprächtig. Ja, tut mich sorry. Das war jetzt vermutlich nicht ganz so clever. Hey. Das alles für ein Glasab sind? Ernsthaft? Nee. Ich komme halt nicht hier rüber mit einem Sprung und dann an denen vorbei. Das war de facto also relativ unnötig. Aber da hier nix ist. Aber das bringt mir halt auch nix. Nee, ich muss hier wieder runter. Das hilft alles nix. Ich muss hier wieder runter. Und dann doch hier den Gang lang. Weil anders bringt mir das nix. Die gehen hier aber auch nicht weg, ne? Die gucken hier konstant her. Das gefällt mir nicht so. Aber hier können wir uns zumindest ne Weile verstecken. Dann müssen wir hier irgendwie wieder raus. Okay, du schwenkst also gar nicht... Komplett um. Das war jetzt wieder kacke. Trinkt mir das was? Kann ich hier... Nein, hör auf zu fallen. Hör auf zu... Drehen, drehen. Ich würde dich gerne einfach drehen und hier hinlegen. Leise, wenn es geht. Ach, du Heilige. Was ist das denn? Oh, aber das ist gut. Das ist gut. Hm. Jetzt sind wir direkt hier. Ich muss nur aufpassen, wenn ich hier runterkomme. Dass ich auch leise bin. Okay. Jetzt sind wir hier wieder komplett... hinten dran. Willig kann ich ganz da vorne einfach raus. Ich würde es halt einfach mal probieren, wa? Oh. Oh, oh. Ist nicht gut. Das war wieder kacke. Oh, oh. Da ist auch nochmal einer. Eigentlich müsste ich hier die Tür zumachen. Just in case. Wenn der mich jetzt hier sieht, der hier drinnen ist. Ich glaube, ich will wieder hoch übers Dach. Ja. Ich glaube, das Dach ist furchtbar angenehm gerade. Ich meine, ich könnte hier einfach vorne raus, aber dann habe ich ja das Problem, was draußen auch noch alles steht. Ich weiß es nicht. Psst, psst, psst. Äh, Schrot bringt mir nix. Ja, wir haben sehr viele Biozellen. Ich könnte die eigentlich auch mal... Ja, kann ich die... Gut, jetzt kann ich die hier auf 3 legen. Nutzen. Alter, das ist aber auch mal gut. Ich könnte auf den Computer zugreifen, ja. Aber ich fürchte, dass mich da auch einer sieht, wa? Das ist nicht ganz so einfach. Aber gut. Ja, irgendjemand, komm, irgendjemand schaut doch hierher. Wir probieren's einfach mal. Wenn jetzt einer herguckt, dann ist das sowieso gelaufen. Nee, bringt mir gar nix. Bringt mir nen Code. Und Gespräche. Aber keine Kameras, die hier ausgeschaltet werden. Aber gut, haben wir auch mal mitgemacht. Ist bestimmt nicht komplett verkehrt. Kamera hier, Typ hier, Typ hier vorne. Hm, der kommt jetzt hierher. Ja, ich lass mir jetzt einfach auch nochmal Zeit. Was soll der Geiz? Ach, jetzt der Typ hier wieder. Ja. Ich will mich eigentlich hier verstecken, so ein bisschen. Damit ich dann... Damit ich dann... Der sich hier aus Staub macht, wieder. Der hier sieht mich ja nicht. Oh, was ist das? Kadaroben Raum. Vielleicht komm ich da nochmal irgendwo hin. Ja, hier die Kamera wieder, aber er ist wieder weg. Nur er ist jetzt halt auch wieder da. Ja, das ist unschön. Weil das halt nicht funktioniert mit dem scheiß Mausklick. Nee, Pfunds nicht. Naja, aber die wechseln sich wahrscheinlich einfach wirklich so ab. Jetzt läuft er zurück und jetzt kommt er hier wieder, ja. Das wird sonst nix. Ich will einfach mal aus der Deckung raus wieder. Hä? Ja, und da sind die Schranken. Wenn ich da jetzt eigentlich die Tür aufmache, irgendjemand merkt das. Aber vielleicht kriege ich ihn hier down, ohne dass die Kamera sieht. Oh. Natürlich. Ähm, klar. Tja, das ist jetzt natürlich kacke. Ja, das ist kacke. Gut, dann lass uns da doch lieber nochmal übers Dach rausgehen. Ich wollte es jetzt eigentlich nicht machen, weil es auch irgendwie ein bisschen zu viel Zeit kostet. Wir hätten ja auch einfach hier durch den Haupteingang marschieren können. Allerdings auch da, wenn du jetzt irgendwie Glastarnung anmachst und die Tür aufmachst, dann merkt das natürlich jeder. Was ich jetzt aber irgendwie noch gucken will, ist, ich will mal gucken. Was der Raum hier macht. Da ist ein Schacht. Da ist ein Schacht. Vielleicht wäre es auch einfach ihre Tür Nummer 3 gewesen. Schwache Wand. Bringt mir eigentlich nicht so viel. Hier bin ich runtergekommen, ne? Die Springerei bringt mir hier aber gar nichts. Habe ich recht? Ich glaube nicht. Oder? Warte mal. Nee, bringt mir absolut nichts. Weil ich komme hier nicht hoch. Ich bin zwar hier runtergekommen, sehe ich ein. Nee, bringt mir nichts. Bringt mir absolut nichts. Das ist halt auch nur ein anderer Durchgang, ja. Hier wieder hin. Ja, das bringt mir nichts. Ach komm. Dann laden wir nochmal neu. Das ist jetzt auch irgendwie die Ungeduld. Wie? Okay, weil ich so nah an ihm vorbei bin. Ja, gut, dann muss ich warten. Dann muss ich doch warten. Ich dachte mit dem Schalldämpfer und der Tarnung. Ich weiß, es ist ein bisschen frech, aber... Dann warten wir nochmal einen Moment ab. Okay. Vielleicht müssen wir auch einfach hier vorne rum. Und wenn man dann seine Tasten wieder nicht findet, dann passieren solche Dinge, die keiner will, aber alle machen. So, kommen wir jetzt hier irgendwie wieder raus? Kann ich... Komme ich da hoch? Ich komme gar nicht hier rein, oder? Also selbst wenn ich es jetzt versuche... Na gut, Toiletten, Toiletten. Ha. Oder ich muss es dann doch beim nächsten Mal machen, wenn das hier partout nicht funktioniert. Ich komme ja hier nicht mehr rein. In diese... Oder vielleicht von hier? Geht das? Wenn ich vielleicht nicht so bescheuert springen, dann ja. Macht er nicht. Ich meine ja, das ist schon ein bisschen kacke-dreist, aber... Ich bin mir auch irgendwie gerade sicher, dass das funktioniert. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, wo ich das hernehme, aber ich bin mir sicher. Falsche Richtung, Adam. Ist jetzt wahrscheinlich echt Kindergarten, aber ich will das... Das ist... Na? Komm. Du bist fast da. Du bist doch fast da, Adam. Nee. Das ist schon fies. Ich bin mir sicher, dass das funktioniert. Ich bin mir sicher. Ich will das so machen. Komm, komm, Spiel. Lass mich das so machen. Ah. Dankeschön. Das juckt mich dann halt einfach echt in den Fingern, wenn ich weiß, dass es theoretisch möglich ist. Dann will ich es halt auch einfach machen. Oh. Nee. Nee, 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 nee. Äh. Okay. Also, ich muss irgendwo auf dem Dach wieder rauskommen. Das ist... Jetzt sind wir ja wieder hier. In den Raum will ich ja gar nicht rein. The fuck? The fuck, wo bin ich rausgekommen? Hilfe? Also, da bin ich runtergesprungen. Ja. Aber. Shit. Ich glaube, auch da komme ich wieder nicht aufs Dach. Äh. 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 Ich meine, da habe ich ja versucht reinzukommen das letzte Mal. Äh. Äh. Bin ich hier rausgekommen? Lüftungsschacht und ich bin hier rausgekommen. Nee, kacke. Dann funktioniert das so mit dem Rauskommen hier auch nicht. Schade. Ich hab eigentlich gedacht, ich komm so übers Dach. Aber dann bin ich ja irgendwie hier. Irgendwo rausgekommen. Wo war das denn? Oh. Wo komm ich hier raus? Hoffentlich außen. Ja. Wunderbar. Okay. Das ist irgendwie gerade meine Rettung. Ja. Okay. Aber ich würde sagen, das, was uns dann immer Partner erwartet, das gönnen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.